Huiiii, jaa. Eine kleine Tour über Bremen hinweg. Ihr seht, es hat mich gepackt, ich musste auf 21 zu 9 umsteigen. Im Moment kann man auch wunderbar oben in der Ecke sehen, falls das die Auflösung von YouTube überhaupt wieder gibt. Dass er bei der Gelegenheit dann auch gleich auf eine Frameway von ungefähr 16, 17 Frames pro Sekunde abgestürzt ist. Weil er jetzt ein kleines bisschen mehr rendern muss als vorher. Das ist natürlich auch Höchststrafe, hier über einer Großstadt mit einer Million Gebäuden herumzutuckern. Das dann noch im Breitformat und mit etwas vergrößerter Sicht fällt. Ja, ich hab natürlich auch alles nach oben geknallt, was so grafisch möglich ist. Und da kommt er denn noch ein bisschen ins Grübeln. Ja, wir machen nochmal einen schönen kleinen Tiefflug hier drüber. Und dann drehe ich anschließend mal die Grafik ein bisschen runter, um das etwas flüssiger hinzukriegen. Ja, Headchecking hilft natürlich nicht gerade, wenn es flüssig sein soll, weil hier eine Kopfbewegung natürlich eine Milliarde neue Berechnungen zur Folge hat. Aber der Monitor ist echt so breit, mir wird schwindelig, wenn ich den Kopf zu schnell drehe. Das ist schon mal geil! Ich bin nicht zu lang der Höhe eigentlich nicht, das ist doch das übliche Gruppe. Ja, wir sind immer noch bei 13, 14 Frames pro Sekunde. Was nicht wirklich überrascht. Na, jetzt muss er wirklich arbeiten, jetzt gehe ich richtig runter. Ich kann gleich eigentlich mal gucken, ob hier tatsächlich auch Glidos Pfannkuchenschiff auf der Weser schwimmt. Dann gucken wir mal rüber zur Weser. Ja, dass die Rendering-Optials ein bisschen zu hoch sind, ist mir vollkommen klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal eben Pause und spielen an den Grafikeinstellungen rum. Was habe ich denn? Die Kantenglättung, Detailgrad der Reflektionen, ich glaube das alleine ist schon. Ich mache erstmal alles ein weniger. Ups! Anzahl, ich glaube die Anzahl würde ich gerne hoch lassen, weil das ist nämlich auch die Straßen wirklich ausgefüllt. Visuelle Effekte, ein weniger, den ein weniger und den auch ein weniger. Dann gucke ich mal, zum Übernehmen der Optionen müssen sie X-Plane 3 neu starten, das werde ich jetzt ganz bestimmt nicht tun. Äh, holt jetzt noch das Sichtfeld, bla bla bla, ok. Fertisch, mal gucken, was passere dort. Ah ja. Ja, ja, das schneide ich dann gleich raus, diese erneute Ladeorgie. Tja, ich hänge jetzt so ein bisschen in der Luft könnte man sagen. Aber dabei scrollt jetzt schon so einiges schneller, würde ich mal sagen. Was haben wir denn? 20 Frames pro Sekunde, ist jetzt nicht so der Unterschied? Ah ja, Zahl der dargestellt noch wirklich, jetzt gibt es relativ große Freiflächen, das gefällt mir gar nicht. Ich wäre eher gewillt, an anderen Punkten Qualität einzubüßen, als Leerflächen zu produzieren. Aber es fließt alles schon ein bisschen besser, das muss man wirklich sagen. Was haben wir denn jetzt? Das ist das Framerate von 20, 21, 22, 20 Frames. Ich sage ja immer, für ein Ballauspiel natürlich viel zu wenig, für meine Rupengondelei hingegen eigentlich ausreichen. Ein bisschen mehr müsste es doch sein, dass bei der Kopftrehung nicht alles so muckelt. Na, sonst kriegt man ja ganz schlimm an dabei. Ich nehme den Pausen knapp und sage mal grafisch, dass ich unbedingt die Zahl der Objekte will ich haben. Die Reflektionen können von mir aus vielleicht zwei Stufen schlechter sein. Was visuelle Effekte sind, weiß ich nicht. Qualität der Texturen zählt wahrscheinlich mehr, wenn ich dicht dran bin und die Kanten komplett abschalten. Schattendarstellung. Das verdoppelt wahrscheinlich auch nochmal die Zahl der... hm, ich probiere es jetzt erstmal. Also nochmal neu laden. So, jetzt haben wir volle Zahl der Objekte. Dafür die Kantenglättung fast rausgedreht. Wir haben jetzt 24, 25 Frames. Dann schauen wir doch mal... Nicht, dass ihr jetzt alle satten sieht hier. Ich sehe aber immer noch Freiflächen. Oder sind das echte Freiflächen? Gehen wir mal in die Stadt rein, dann werden wir es genau wissen. Ja, also in der Innenstadt gibt es scheinbar keine Freiflächen, dann passt das ja auch. Und wir fliegen gleich mal weiter, so ein bisschen aufs Land. Da gibt es nicht ganz so viele Dinge darzustellen und schauen mal, wie es dann da mit der Framerate aussieht. Die Auflösung ist jetzt 2560 mal 1080p. Also in der Höhe hat sich nichts getan, es geht echt nur in die Breite. Ja, das wird der Güterbahnhof sein in Bremen. In Walle. Ah, die Autobahn. Die A27. Da habt ihr mich auf meinen Plappa-Videos öfter gesehen, und zwar genau auf diesem Abschnitt. Das da drüben soll wahrscheinlich der Drehmachfalltorb sein, der sieht aber auch ein bisschen anders aus. Die Stromleitung! Hui! Die Lichter unten durch? Nein, lieber nicht. In Wirklichkeit ist das auch keine U-Trasse. Der Simulator versucht hier alles irgendwie eben ehrlich hin zu zaubern. Aber wir wollten ja über Land fliegen. So, jetzt fliegen wir über Land. 27, 28 Frames pro Sekunde. Und dann gucken, wohin das frametechnisch führt. Wahrscheinlich ins Verderben. Ich glaube, habe ich hier eigentlich in Satellitenbehörde berechnet? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo in Bremen rum? Bin mir relativ sicher, dass ich den gesamten Bereich hier immer habe berechnet lassen. Aber es kann auch sein, dass es im Zuge meiner zahllosen Tests dann irgendwie wieder rausgeschmissen wurde. Ich glaube der Boden ist ein bisschen zu ungleichmäßig für Satellitenbilder. Ich tippe da mal auf Computertextur. Wir können ja gleich nochmal nach Asien hüpfen und da haben wir dann definitiv ein Bild. Vielleicht muss da ja weniger rechnen, weil das Bild ist ja schon fertig. Das muss ja nur noch anzeigen. 27, 28, 29. Also es tut sich relativ wenig gegenüber der Stadt. Dann machen wir jetzt mal einen Hüpf. Einen Sprung! Alle hopp! Ja, das ist jetzt ja interessant. Jetzt fliege ich gerade mal wieder über Bangkok mit Satellitenbildern, habe sonst nichts an den Einstellungen verändert und habe 45, 46, 47 Frames pro Sekunde. Das heißt, diese ganze Satellitenbildgeschichte ist nicht nur hübscher, das ist auch noch der Geschwindigkeit deutlich zuträglich. Verblüffend! Finde ich gut! Ja, ein schneller Blick auf Bangkok International. Da hat er drüben einen ziemlich langen thailändischen Namen, den ich sowieso nicht lesen kann. Ne! Ich hätte die Kumpflanzer! Nein! Wir können aufs Dach landen! Bangkok müsste doch ziemlich drum herum liegen hier, ne? Wo ist denn Bangkok City? Ja! Wo ist denn Bangkok City? Wo ist denn die Hintenstadt? Haben sie nicht weggemontiert? Seitdem ich das letzte Mal geflogen bin. Scheiße! Hehehe! Einzug, Einzug! Mit Autos drauf! Das nutzen wir natürlich für einen Sturzangriff. Und wir haben immer noch um die 40 Frames pro Sekunde. Das lege ich mal dicht über Häuser hinweg. Damit da ordentlich Polygone gescheffelt werden. In der 40. Also noch ein Zug. Noch ein Zug! Zug Armada! Ah! Ah, wir trennen! Ein Güter-Zug auf dem Weg zum Flughafen. So, und ich würde sagen, um den Kohl richtig fest zu machen, haue ich jetzt die ganzen Grafik-Einstellungen wieder rein. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich nach einem Ladevorgang aussetzen muss. Ah! Effekte hatte ich auf der Qualität der Texturen und die Kantengleitung. Ich glaube, den hatte ich auf zweithöchst. Hatte ich den auf ganz hoch oder auf halb hoch? Muss ich nachher nochmal nachgucken. Und guck mal, was er draus macht. Ich bin doch gar nicht sicher, ob die Anzahl der dargestellten Objekte, ob das direkt mit der Dichte der Häuser zu tun hat oder mit der Sichtweite. Weil jetzt haben wir ja höchstmögliche Sichtweite eingestellt. Über einer, wie gesagt, Millionen-Metropole. Dass er da ein bisschen in den Knie geht, kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich wollte jetzt gerade sagen, fliegen wir doch mal über Land. Nur, wo ist denn hier Land? Das ist eine Acht-Millionen-Stadt. Ach, wir versuchen das einfach mal in irgendeine Richtung. Zum Beispiel Süden. Süden. So. So. Dann würde ich sagen, nutze ich auch ganz frech den Autopiloten. Und sage mal, was haben wir denn jetzt überhaupt hier? 1.000, was er quetscht denn? 1.800 Fuß. Und das mach mal. Und Heading Süden. Der Heading muss hier noch einstellen. So. Hehehe. Seck mich. Bis 25. Pass ja. Ob das die Kantenkletten? So. Er rollt halt eigentlich einfach. Nach dem Pilot ist wieder weg. Er ruft hier oben, da ruckelt. Aufgehen wir. Nach seinen Augen. Das rollt nicht. Dann ruckeln. Dann ruckelt der Mann. Dann testen wir das. Ja, mir war so. Dann kann sich reich halten das Tracking ab. Und dann hüpfig. test so klarer fall ich habe eben mal nachgesehen also wir hatten anfangs die stellung hier 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 und hier auch einen tiefer und nur die maximal geschichte hier die war noch ganz oben dann wird das jetzt mal versuchen das geht auch sofort ohne reboot und schwapps schon sind wir auch wieder fast 40 frames pro sekunde die autopiloten auch wieder abschalten solle hinlegen ja ich hab's verstanden doch rieseln sehen da jetzt habe ich im tragen den falschen knopf gedrückt blöd ey ah siehst du geht doch ja sieht wieder aus wie schrebergärten hier so ein schleuner besitzt ist schon praktisch vor die bei meinem flugstil also wir haben wieder 40 frames pro sekunde bei praktisch gleicher auflösung tipp an alle die also ein problem mit ihrer frame rate haben und noch nicht und noch nicht auto vxp installiert haben und sprich sagt die stadt der texturen verwenden sollten sich das ernsthaft mal überlegen es bringt also fast eine verdoppelung der frame rate finde ich toll ich glaube das reicht auch genug gekaspert und danke fürs reingucken und ich sehe jetzt alles in total breit ich habe allerdings eben schon gesehen dass okay jetzt parallel zu explain das abspielen im zoom player schon gar nicht so einfach war da kann man so ein bisschen entschleudern wir können das mal eben ausprobieren ob das jetzt live trotzdem funktioniert nämlich der ja okay das ist gut aus ja alles gut alles gut allerdings könnte er hier mal die die fremden frame anpassen an die neue größe und zwar ist das hoch ist ja da war das geruckelt und das kommt jetzt kann sagen das kommt jetzt das kommt denn wohl eher hier durch das offene interface respektrechte source 16 9 kaste wie besser mit kaste na schön muss man hat einstellen also so sieht das jetzt künftig aus alles klar ich danke euch fürs reingucken fürs zuhören und bestimmt noch irgendwas anderes was mir jetzt gerade nicht so gegenwärtig ist auch dieses video wird wahrscheinlich sowohl auf dem gameplay kanal als auch auf dem kasper und universal kanal zu sehen sein weil aus prinzip und es interessiert sowieso bei auch danke fürs reinkommen